aber das macht der fortnite ist auch nicht besser muss ich ganz verkrankt wieder einsammeln hinzu weil ich keinen plan habe was war das so richtig das ist richtig eins ist das ach mensch das war jetzt hier zwei ist weg da ja Genau, 2 soll getauscht werden. Jetzt auch erst. Change, change, tauschen. Variable tauschen. Dann ist 3 ... ... ... ... 5 ist ... Ja, Entschuldigung. Ich hab nicht schon. Das Prisma ist zerbrochen. Darlings Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. Ja. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Weiß ich nicht. Ich muss Sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern. Aber sie hat recht. Ja, sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Gut. Ich bin... Ich sehe gerade meinen, 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 meinen Film da gar nicht. Immer wieder Sonntag. Uhu. Uhu. Sorge erst mal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Hm. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hedron Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hedron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Aber wer braucht die alles? Nö. Okay. Hier, dies führt zurück zur zentralen Forschung. Ja geil, danke. Cool. So. Ich muss jetzt hoch die schwarze Verarbeitung. Äh. Grenzbereich. Ja, Fahrstuhl. Jetzt geht's weiter. Gesetzesleiteingang. Wartungssektor. Hier ist immer so eine Wartungsphase. Also ist das Wartungsbereich. Bitte, bitte, bitte. Okay. Okay. hier geht es ihm gut zuerst die hfv sie können alle retten auch dylan wenn ich ihn finde kannst du ihn schützen so wie mich schützen ich seh nix ja das ist eindeutig wie ein controllerspiel aber nein der krokke spielt mit der turm aus aber nein aber nein ja 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 Ah ha Ah ha Zuck mal an die Ecke. Direktorin Faden. Hallo. Ja, ich muss... Äh... Atlas-Kammer. Es geht weiter schwarz, aber Erwartung ist... Atlas-Kammer. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Gerade so wirklich. Ah, das war meine oben. Okay. Ich hab gedacht, es wird besser gewesen, aber... Jetzt sind wir hier oben. Ja, es ist zurück. Was würde so etwas Übles töten? Ja, es ist zurück. Oh. Äh... Äh... Ich wollte eigentlich... So, wenn man die Objekte macht... Was? Ganz verreichend. War das schon... Oh. Hier wird mir echt übel. Ein Objekt der Macht. Ein Objekt der Macht. Wie die Klicker. Wie die Klicker. Ah, okay. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Hallo? Okay. Ich bin weggefallen. Ah, es ist auch so... Ich bin nicht weggefallen. Ah, was ist das? Ja, ich bin nicht weggefallen. Was ist das? Ich bin nicht weggefallen. Ich bin nicht weggefallen. Ich bin nicht weggefallen. Ach so, entgegen soll ich. Ach so, ich soll nicht eingreifen. Achso, ist gut. Woh! See you next! Oh! Okay. No idea. Oh dear. Dirty trifft Dirty. Oh dear. Dirty trifft Dirty trifft. Dirty trifft Dirty trifft. Dirty trifft Dirty trifft. Dirty trifft Dirty häufig im großen und zerdrücken. Dirty trifft Dirty trifft Dirty trifft. Dirty trifft Dirty trifft Dirty trifft. Wenn wir da hin, wir kommen nicht da hin. Atlas kann man, dann komme ich da hin. Atlas kann man, dann komme ich da hin. Atlas kann man, dann komme ich da hin. Ja. 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 Nehm. Ja. Ja. Neh, neh. Neh, neh. okay 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 nice Das ist ein Geschirrspieler. So, ich habe mich hier völlig verlaufen. Die Wegfindung ist echt heiß. Wie komme ich da hin? Ich bin der tolle Schöne Lang, toll. Ich bin der Schöne Lang, toll. Ich weiß nicht, wo du den Mob gelassen hast. Immer auf der Toilette habe ich einen Besen gesehen. Ich habe einen Versuch noch. Geh erst nach oben, links. Ich bin der Schöne Lang. Ich bin der Schöne Lang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Okay.